Ja Leute, was geht, willkommen zu einem wunderbaren Video, mit dabei ist heute der liebe SK-Show Und wir haben ein sehr, sehr lustiges Video aus den USA gesehen, meine Freunde Da haben viele Leute im Squad versucht, ein Labyrinth für den letzten Spieler zu bauen Wir versuchen das gleich jetzt nochmal im Duo, das Original-Video ist in der Videobeschreibung verlinkt Bevor mir irgendwer sagt, ey, es ist geklaut Nein Leute, es ist inspiriert Ich würde sagen, wir gehen in eine Runde zu US rein, meine Freunde Wir suchen so viele Fallen, wie wir eigentlich bekommen können Und versuchen da den letzten Spieler durch einen trickigen Labyrinth zu locken, der da durchläuft Und die Fallen in Quatsch zu quetschen tun und töten, weißt du? Hi Leute, herzlich willkommen zu dieser Aufnahme Heute versuchen wir aus Fallen ein Labyrinth zu machen Tobi, das habe ich schon gesagt, die Leute wissen doch schon, worum es geht, du kleiner Schlingel Leute, ich würde sagen, auf geht's Und jetzt seht ihr ein paar wunderschöne Runden Und vielleicht klappt es ja und vielleicht auch nicht Und tschüss Lass uns losgehen Auf geht's, na schiff die Schiff Hast du auch eine Falle? Ja, eine Ja, schön Aber es ist schon mal gut, können wir schon mal ein gutes Labyrinth machen Ja, mit zwei Fallen, Alter, da geht auf jeden Fall einiges Ja, toll, jetzt sind wir genau in der Zone, Tobi, was machen wir jetzt? Ein Labyrinth bauen Ja, ich würde warten, bis wir den letzten Gegner down haben Also bis wir wirklich alles down haben und dann bauen, weißt du, was ich meine? Ja, aber glaubst du wirklich, sie laufen das Labyrinth? Müssten sie ja am Ende irgendwann, wenn die Zone so klein ist Ach, du willst das komplett über die ganze Zone? Ja Und was sollen sie drüber laufen? Ähm Oh, oh, Schiffdi Ja, irgendwo darf die Ja, da läuft eine Schiffdi, ich sehe ihn Soll ich snipen? Nein, 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 wir gehen da hin Mann, ich darf nie snipen Ich hätte ihn sowas von getroffen, Alter Also, jetzt kannst du abschießen Aua Genau, achso, wo ist er jetzt? Da vorne, hier vorne bei mir Ich hab einen down Hier ist noch einer hinter Oh Hier ist noch einer, was? Noch ein Team Nein Warte, ich verstehe Hab ihn Oh mein Gott, Alter Ja, nice War stark Uff Kannst du bitte aufhören Vor unseren Näh sind auch noch welche? Hilfe Da oben, da oben, da oben, da oben Direkt über uns, hast du gesehen? Ja, ja, wollen wir? Zwei Hits von mir Boah, der Glück Der ist gestorben Hä? Von was? Weiß ich nicht Was hatte der? Da oben ist noch ein Mail von ihm, da oben ist noch ein Mail von ihm Ne, der andere Einer hat 100er Hit von mir bekommen Aber er knockt Ich bin direkt down Hier sind 10 Teams Oh, noch ein Was? Das sind noch welche, Mann Ja, Leute, die erste Runde ging nicht so gut Thomas Ja Mödest du mir kurz einen Red Bull geben? Genau Okay, Tobi, wir gehen wieder herunter Die erste Runde war jetzt nicht so erfolgreich Das war ein bisschen, also Äh Äh Ja, super, noch keine Reifel Warte, warte, warte Spieler unter mir 75er Hit Der kommt hoch Ah, da ist einer Ja, ich habe einen noch Ich glaube, der andere ist bei dir irgendwo Ja, bei mir, ich finde ich Ja, bei mir, ich finde Schüsse vor uns irgendwo Ja, das ist so close Oh, ja, wenn wir schießen Keiner getroffen, oder? Ne Okay, wir müssen pushen, Tobi Ich will den einen hier Oh Den anderen Ha Boah Lol Der war ja ungerade, der war ja ungerade verbuggt, Alter Lüg nicht Doch, wirklich Hier ist eine blaue Shotgun für dich Oh, da kommen welche angeflogen Der andere Junge, jedes Mal, wenn ich zuerst einen Hitte, machst du direkt den zweiten Hitte und den erst down Den ersten habe ich sofort Hitte, den nur down gemacht, also ich habe so einen Aufnahme, Mann Ja, aber den zweiten nicht Ich komme nicht dazu, Kill zu machen mit dir, Geier Es geht nicht Es reicht Nein Stopp Warum ist meine Stimme gerade abgebrochen? Hat der irgendwer noch eine vernünftige Rifle oder so? Ich habe drei Fallen, jetzt können die Kicher runterfallen Ich habe auch drei Fallen Das heißt, wir können sechs machen Ah, sechs Fallen bauen, meinst du? Da, da betteln sich gerade ein ganzes Team so Okay Ich habe einen Kill abgeschafft Das war echt Oh nein Baby, Achtung, links oben, Alter Oh nein Kriegst du den? Hab ihn? Ich habe ganz vergessen, dass ich noch die Hüpfe-Kristalle drin hatte Warte, ich will einen Deagle-Headshot machen WUH Okay, ich mache nicht Nein, ich bin tot Will der seinem Mate nicht helfen? Zu spät, sein Mate ist tot Oh Okay, Tobias ist abgelenkt Nein Ich bin knocked Okay, auf wie viel Aura da finde ich dich? Der find ich mich nicht Er ist bei mir hier Jo, der Typ, Alter, er ist Ninja Ich glaube, er hat mich nicht gesehen Uh, er ist bei mir Er hat sich selbst umgebracht Was? Was hat er? Er hat sich selber umgebracht No way Nein, 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 nein Wir sind Gegner Wo denn, Bro? Klaus? Hilfe Habe ich noch Hinter Hinter Hinten ist noch irgendeiner Chill, 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 chill Ich seh'n Da geht er down Hier ist ein Jump-Fall Äh, Jump-Fall Boah, Digga Ich hatte so wenig AP Oh, du hast auch ganz schön wenig Ich habe so viele Materialien, Tobi Also wir schaffen das auf jeden Fall Vor und Spieler direkt Da vorne, da vorne Rechts Ich baue gar nicht, ich baue nicht Ich mache No-Bild-Challenge Der baut aber auch wie Ninja Höchstpersönlich, Alter Ja, wenn ich, ich Yo Komm runter, komm runter, komm runter, komm runter Komm runter Ich spring runter und lass mich nocken Ich baue ab Der tötet uns jetzt Es war so dumm von mir, dass ich runtergesprungen bin Es war so dumm von mir, dass ich runtergesprungen bin Du hast gesagt komm runter und dann bin ich direkt runtergekommen Panikmäßig Ich hätte ihn auch oben töten können, ne? Ja, aber dass du gleich runterhilfst und stirbst Ich hab gesagt, ich spring runter und lass mich nocken Hab ich so gemacht Ach nee Ach nee Ach komm Und weg hier Aber ganz schnell weg hier, mein Freund Vielleicht haben wir sogar Glück Der letzte Spieler ist ein Noob Wenn der jetzt ein Pro ist, dann haben wir natürlich verschickt ihn Da oben ist er Oh, da oben ist er Hey, der ist gut Zwei Leute Zwei Leute, das ist ein komplettes Team Einer hat Hit Nein, ach nein, ich bin knocked Ich weiß nicht, ob die jetzt pushen wollen Werden die wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt kommen sie angelaufen, die hässlichen Oh, lol, einer ist knocked Warte, wenn er sich... Lass ihn weglaufen Dann können wir die Fallen-Ding machen Oder? Er kommt noch? Er kommt noch nicht? Hast du dich geil So, meine Freunde Wir haben jetzt den guten Django Kong mit dabei Und wir werden jetzt einfach mal versuchen Ob wir es mit ihm an unserer Seite hinbekommen Wir haben ja grad schon mehrere Versuche gehabt Leider ging das ein bisschen in den Hosen Aber ich denke mal, wenn wir jetzt alle uns fokussiert haben Wir haben alle was gegessen Wir haben alle drei, vier Energy Brings getroffen, Leute Ich glaube, wir sind fokussiert und bereit genug Uns dieser unglaublichen Challenge Die eigentlich tatsächlich gar nicht so schwer ist Zu stellen Ja, lass mal Tilted runtergehen Komm, wir versuchen das einfach mal Ich weiß, das ist dumm Aber wir müssen einfach so lange überleben, wie es geht Dann geht es darum, im Endgame einfach noch einen einzigen Spieler zu haben Was bei Squads sehr, sehr oft passieren kann Und wir drei diesen dann quasi mit einem Labyrinth aus Fallen und bösen Tricks Zu töten Wir bleiben alle zusammen, Kinders Wir gehen zum Parkhaus Holen uns da die Waffen Töten Keine Ahnung Jeder von uns zu 6, 7 Gegner Haben wir schon mal 21 Kills, Leute Und dann bauen wir am Ende noch schöne Gegner mit Fallen ein Das ist der Plan Und ich denke mal Da können wir relativ optimistisch sein Das sollten wir hinbekommen Wo, 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 wo Oh mein Gott Ja, close Ja, sorry Ah Die sind ganz viele Ich hab zwei Schuss wie Shotgun Einer down Haben noch einen Und was Willst du Jenkins wieder beleben? Nee Ich mag den Dann bleibt der Ah, das geht Nee, ich hole ihn Wo ist er Über uns Wir sind zu dritt, Leute Auf geht's, Kommando Squad Der muss unter uns gewesen sein Ja Ähm Absolut verkackt Bei mir, bei mir, bei mir Aua Hinter mir, hinter mir, hinter mir Hinter uns tot Boah Boah, Turnon Einer kommt auf die Treppe hoch Einer kommt auf die Treppe hoch Einer kommt auf die Treppe hoch Ich bin knocked, ich bin knocked Ich bin knocked Nice, Mann Sehr schön Sehr schön, Digga Den hab ich geklaut, ist kein Problem Kann ich einfach wiederbelebt werden Nicht, der Check ist alles Tut mir leid Kann ich wiederbelebt werden, bitte Ich war ja auch knocked Naja, aber nie Ja Was zum Teufel ist das schon wieder für eine Runde, Alter Egal Hauptsache wir kriegen das am Ende mit diesen Fallen hin Ich würd mich so mad darüber freuen, wenn dieser Typ ins Labyrinth stappt und einfach skippt Immer noch bei 210, ne? Da waren wir da vorne noch nicht Achso Längs, längs, längs Einer knocked Oh, shit, damn Einer knocked Zwei knocked Warte, ich komm von oben Ja Oben am Barm sein Maid Er hat ne Trap? Nein Ne, wir hatten ihn schon gespottet Hat ein 50er von mir bekommen Hab ihn War der Instant down oder knocked? Ja, der war down Aber der vorhand sind noch welche, ne? Ja, wir müssen gucken, dass wir den letzten nicht knocken, ne? Das ist ganz wichtig, der läuft da, der läuft da Hab nen Head Tobi, über dich Oh, war der über euch? Oh, Liga Oh mein Gott, ich hab so hartgelegt Gut, es sind nur noch, äh, tatsächlich zwei Gegner Einen davon müssen wir finishen und den anderen, äh, nicht töten Ganz genau richtig Wir müssen die Zone so klein werden lassen, wie nur möglich, ne? Ja, wir verstecken uns einfach Hab einen gehittet? Komm, wir können den pushen Aber Cengiz pass ab, wenn Cengiz jetzt beide mit einem Ding killt Boah, das wär so traurig, aber der ist unten? Ne, ne, das ist ein anderer, das ist ein anderer, der linke ist ein anderer Boah, sich passen zwei Ich hab einen gehittet, ich hab einen gehittet, wir dürfen nur einen von den beiden töten Ich hab einen, ich hab einen knockt, ich hab einen knockt Oh mein Gott Nicht den unteren töten Der ist halt beim Forteport Der ist bei mir, der ist bei mir Ja, der ist hier Warte Ich fühl den still Nein! Oh nein! Oh! Baby 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 Man, der war hinter mir, ich war so erschrocken Ich dachte nicht, dass der so lowlife ist Ich wollte nur einmal drauf schießen und runterspringen Na ja, versuchen wir das nochmal Links von mir bauen sich eine Menge Spieler nach oben Bei mir ist jemand Da ist auch einer Ich bin down Maaan! Maaan! Oh Gott, ich hab so heftigen Loot Bei mir sind welche im Haus Ich hab einen genockt An der Tankstelle Bei mir ist einer Knocked Sehr gut, durchhalten Jungs Okay, war das alles hier? Weißt du nicht? Doch, da ist einer da vorne Oh Gott, da sind welche Wo denn? Äh, 195 Aber er knockt Sein Mate hat 70 Minus Beim blauen Haus ist jemand Der kommt gerade von hinten Tobi Ja, den hab ich 70 gegeben Unten ist der Haben noch einen knockt Warte den Oh nice Ich wollte mit diesen Fallen Ding da machen Habt ihr die ums Haus getötet? Ja, die sind alle down Echt centaurisch ist jemand Was, wo? Von mir 207 Bei euch 324 Lass wir den machen Nicht den Warte, warte Wir machen den mit der Falle Wir machen den mit der Falle Bau ihn ein Der sind Ausliefer Oh, Vorsicht Die kommen gerade zu mir Vier Leute Oh Gott Deine Mates kommen gerade Warte Tobi Er ist im Labyrinth Hab ich ihn eingebracht? Ja, er ist drinnen Deine Mates kommen Doch der ist drin Warte Wir müssen seine Mates klatschen Und dann Hab einen knockt Hab noch einen hitted Ist der da immer noch da unten drinnen? Der ist immer noch drin Okay, einer muss das zu Einer muss das zubauen wieder LOL Wo ist der? Keine Ahnung von wo er gepiekt hat Ich hab keinen gesehen Der Typ kommt Der Typ ist da Wir müssen wieder einbauen Tobi bombt ziemlich hoch Ja, Digga, hier kommen doch gerade Leute Was sich Ich ziehe hier Tobi Wenn ihr jetzt sterben Der arme Alter Der arme Wie? Wie wenn ihr das statten hört? Jank ist dieses Dach da drauf Hat die 26er Shot von mir bekommen? Fick die Mates, schnell Einer knockt Ich hab keine Mates mehr Ich hab keine Mates Oh mein Gott Er kommt hier raus Oh mein Gott Ich musste ihn furnishen Ja, passt schon, wir haben noch zwei Einer ist noch ein Nosekinder von denen Guck mal, der links Der piekt wie der letzte Vollidiot Hier, Medikett Ey, pass auf Die letzten müssen wir jetzt einbauen und so Ich hab keine Mates, Bro Ja, ich hab nur ein paar Ich hab's da einer genommen Ich hab 10 AP Ah toll, der hatte auch noch 10 Mates Okay, pass auf Hey, warte, da ist noch einer Das sind noch mehr Warte, ich guck mal Ich bin down Okay, einer ist noch Aber der eine hat einen Skin Ich weiß nicht, ob das so easy ist Nein Da kommt noch jemand gejumpedded Es kommt her Nein, ist der eine noch Oh nein, mein Gott Hast du ihn getötet? Ja, leider Nein Ich dachte, das ist ein anderer Nein Links oben Links oben Einen Spieler, einen Spieler Nee, oder? Ich glaub schon Ich werfe die Forte Nee, ich kann die Forte nicht werfen Ist der bei mir hier? Warte Der rafft nichts, der rafft nichts Ja Hab ich ihn eingesperrt? Ja, er ist oben drinnen, er ist oben drinnen Er rafft nichts, er kommt jetzt runter Er kommt jetzt jeden Moment runter Nein, er ist weiter Hä? Wir müssen da mal rin Der ist oben, der ist oben Der ist oben, der ist oben Die Zone, oh mein Gott Egal Er ist bei mir, er ist bei mir Wo genau? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn Er ist bei mir eingesperrt, er ist bei mir eingesperrt Ich hab ihn fertig Ich brauch, ey Leute Oh, Maaan Wieso wehrst du dich denn, Alter? Finish den Er hat nicht verdient zu leben Finish ihn, Cengiz Wenn du mich hochkroß hast Warte kurz Hier jemand anders hat ihn gefinisht Hier irgendein random auch noch, ne? Cengiz direkt unter uns Direkt unter uns, den ziltet So viele Leute hier, Alter Ich hab keine, keine Kein Leben, Digga Rechts und links von uns sind welche, Digga Tobi ist glaub ich raus Wegen Timeout Warum? Der Timeout Hier sind so viele Spieler Warte mal Noch einer down Warte, er ist in zwei Sekunden da Jetzt Ich hab ihn outbuildet Noch einen genockt Meine Maus Meine Maus Meine Maus Nein, nicht jetzt Oh mein Gott Lächerlich Vorsicht, du fällst Ich bin down Links da, links da, links da Siehst du das? Links direkt neben uns Egal, wir sind eh Egal, wir ziehen das jetzt durch Mit Zone, wir haben genug Keeling Omega Zone Helf tot Hab noch einen down Komm schnell Unten, der hat vielleicht eine Wage Falle Ska Ach du Scheiße, Mann Oh Mann, ich hasse das so sehr Ich werde auf jeden Fall locked sein, Digga Weil ich kann es ganz knapp schaffen Jetzt wirklich? Ja, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht Ich schaff's nicht Gott 5 AP, 5 AP Nein, bitte nicht Mann Digga, Mann, das ist so unmöglich, Alter Das kann doch nicht wahr sein Egal, wie gut man spielt Nichts Nein Halt mit Gott von der F***er Juni Ey Ich schwör, schaut euch meinen Mülleimer an Schaut euch meinen Mülleimer jetzt an, Alter Das ist moderne Kunst, okay? Schau Ich zähl 10.000 Dollar Ich hab grad mal komplett das Ufuzimmer zahle, Digga Wie ist das runtergefallen, Mann? Guckt euch das mal an Wie kann das sein? Wie kann das sein? Leute, das war's für so'n wunderschönen Video Lasst einen Daumen nach oben da, keine Ahnung Ich werd auf jeden Fall dieses Video hochladen Ist mir total egal, was alle darüber sagen Und ich geh mich jetzt auf der Straße, ey das war's für so'n wunderschönen Wir haben noch so'n wunderschönen 수도 Bis zum nächsten Mal. Wie kann das so'n wunderschönen? Ich habe den F***er, wenn ich mein Mülleimer inhöhe will,